Ich bin Samuel und wünsche mir, dass es im Internet keine Belästigung mehr gibt. Ich heiße Leandros und wünsche mir mehr Mitbestimmung von Kindern im Internet und in der Politik. Ich heiße Tilda und wünsche mir, dass wir ein neues Schulfach kriegen, in dem wir lernen, mit dem Internet umzugehen. Ich bin Moin und wünsche mir, dass im Internet kein Gewalt gezeigt wird. Ich bin Kara und wünsche mir, dass es mehr Schutz für unsere persönlichen Daten im Internet gibt. Ich bin Ada und wünsche mir, dass es keine Werbung und keinen Passwortzwang im Internet gibt. Ich bin Otto und wünsche mir, dass alle Schulen Tablets haben. Ich bin Edda und wünsche mir, dass wir keine Angst mehr haben müssen, das Internet zu nutzen. Ich bin Mathilda und wünsche mir, dass es im Internet kein Mobbing mehr gibt. Ich bin Nele und wünsche mir, dass es nicht mehr an allen möglichen Stellen Werbung gibt. Ich bin Anna und wünsche mir, dass es keine Fake News mehr im Internet gibt. Ich bin Kyra und wünsche mir, dass es mehr Orte für Kinder gibt, wo sie sicher checken können. Ich bin Tara und wünsche mir, dass man mit dem Netz besser lernen kann. Ich bin Anna und wünsche mir, dass es nicht mehr Zeit ist. Ich bin Anna und wünsche mir, dass es nicht mehr Zeit ist. Untertitelung des ZDF, 2020